Die 1 Matthias Küsters, die 6 Leopold Schmied, die 8 Moritz Göttlicher, die 9 Yilid Yashi, die 3 Mara Metzmen, die 4 Richard Nayai, die 5 Rocco Miatomit, die 7 Mike Whistler, die 10 Renat Kahn, die 11 Roy Snippen, meine Damen und Herren, das ist der FC Bayern München. Und hier kommt die Mannschaft von Eintracht Frankfurt. Die 1 Marlon Fratze, die 3 Niklas Scheller, die 5 Shayan Amadi, die 6 Ewa Mikiris, die 7 Luca Gepard, die 8 Mohamed El-Gasuani, die 9 Alexander Slav, die 10 Leordinas Ziokovos, die 11 Kenzian Rotec-Metzaner und die 4 10 Christian Trenoy, meine Damen und Herren, Eintracht Frankfurt. Und wir machen uns bereit für das Finale, Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München. 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 Und wir hatten auch einen besseren ... Und wir hatten einen schönen Einlıos ears. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Tor FC Bayern München, der Torschütze die Sieben, Mike Brüßler unter Spielstarten 1 zu 1. Vielen Dank. 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 Es läuft die letzte Spielminute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.